Hallo, ich bin Timo, der Gründer von Sauria. Dank deinem Einkauf bei uns war es uns möglich, all die Sachen, die du hier siehst, an ein Schildkrötenschutzprojekt in Mexiko zu spenden. Enthalten in dem Spendenpaket sind Kopflampen, die die Biologen brauchen, um nachts an den Stränden zu arbeiten. Die Lampen können von weißem auf rotes Licht umgestellt werden, um die Schildkröten nicht zu blenden. Wir haben für die Lampen auch zusätzliche Batterien und Ladestationen in das Paket gepackt. Marker, um die Holztafeln an den Schildkröten gelegen beschriften zu können. Weiterhin enthalten sind Blöcke mit einem stabilen, feuchtigkeitsresistenten Plastikdeckel zur Aufnahme von wissenschaftlichen Daten. Ein Thermorucksack, um die Schildkröteneier beim Transport vom Strand zur Schutzstation vor dem Auskühlen zu schützen. Und zu guter Letzt ein Zelt, in dem sich die Biologen zwischen ihren Schichten beim Bewachen der Schildkröteneier ausruhen können. So hast du mit deinem Einkauf die wichtige Arbeit unterstützt, die Biologen hier an den Stränden von Mexiko leisten. Und etlichen Babyschildkröten einen sicheren Start ins Leben gesichert. Wir danken dir für deinen Einkauf und deine Hilfe.